Musik In Deutschland gab es 20.000 bis 25.000 Burgen. Sie waren Herrschaftssitz, wirtschaftlicher Mittelpunkt, Symbole der Macht und boten Bauern und Bewohnern der Orte Schutz bei feindlichen Übergriffen. Wie bei vielen Burgen gehen wir auch bei der Burg Prohl davon aus, dass sich an ihrer Stelle, im Gegensatz zu den ärmlichen Hütten im Tal, zunächst ein befestigter Hof befand. Musik In der Zeit des Übergangs vom 11. in das 12. Jahrhundert bewohnte Pfalzgraf Heinrich II. von Laach mit seiner Gemahlin Adelheid von Ballenstedt, eine mächtige Burg am See. Im Jahre 1093 gründete der Pfalzgraf mit seiner Gemahlin am gegenüberliegenden Seeufer das Kloster Laach. Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung stirbt der Pfalzgraf. Sein Stiefsohn, Siegfried von Ballenstedt, beurkundet die Stiftung im Jahre 1112. Und zwar in einer Stiftungsurkunde, die wiederum von adeligen Zeugen bestätigt wurde. So auch Volkoldus de Bruhle mit Sohn Vanerus. Wer war nun Volkoldus de Bruhle, aus dessen Zeugenstand für den Pfalzgrafen sich seine angesehene Stellung ableiten lässt? So auch seine Anwesenheit als Zeuge einer Vereinbarung zwischen den ersten Lacher Mönchen und dem Pfalzgrafen Siegfried von Ballenstedt. Zur Schleifung dessen eigener Burg, um vor Angriffen seitens der jeweiligen Burgherren sicher zu sein. Siegfried hat die Burg bald nach der Vereinbarung niedergerissen. Für ihn allerdings kein großer Verlust, da er mit der unweit vom Lacher See über dem Pfingstbach am Rhein gelegenen Burg Rheineck eine weitere wichtige Burg besaß. Aus mehreren Urkunden können wir in der Folgezeit ersehen, dass es sich bei dem Geschlecht derer von Bruhle durchaus um eine angesehene Familie gehandelt hat. Immer wieder kommt der Name in Zeugenlisten vor, sehr oft gerade in Urkunden, die die Abtei Maria Laach betreffen. 1220 hat man in Maria Laach mit dem Bau der Vorhalle, das letzte Bauwerk der romanischen Bauperiode, begonnen. Ein Ritter Johannes de Bruhle war im Jahre 1264 als Beisitzer zugegen, Die erste urkundliche Erwähnung einer Burg finden wir in einem Kaufvertrag von 1289. In dem Süfridus, Herr von Bruhl, dem Landgrafen von Hessen, einen Hof bei seiner Burg übergab. Und 50 Jahre später, 1339, übergaben Konradus des Konradssohn und Konradus des Siegfriedssohn, Herrn zu Bruhl, ihr Haus zu Bruhl, Turm, Pforte, Vorburg mit dem Gericht im Tal und um die Burg, dem Markgrafen Wilhelm von Jülich als Lehen. Sie begaben sich damit unter den Schutz der aufstrebenden Macht am Rhein und erhielten gleichzeitig ihre Herrschaft als erbliches Lehen vom Markgrafen zurück. In Kunstdenkmäler der Rheinprofinz wird die Burg als eine umfangreiche und wehrtechnisch stark ausgebaute Anlage beschrieben. Auf der Kuppe eines ehemaligen Vulkan, mit an drei Seiten steil abfallenden Hängen und an der Westseite durch Halsgraben und Wall geschützt, kann man von optimalen Verteidigungsmöglichkeiten ausgehen. Musik Ein radikaler Kahlschlag in der zweiten Hälfte des Verteidigungsmöglichkeiten, bietet die Möglichkeit, den 1940 in Kulturdenkmäler der Rheinprofinz beschriebenen Burgweg mit Tor und Wehrturm zu rekonstruieren. In der Höhe des jetzigen Schulhofs, im Volksmunde im Türchen genannt, lassen sich hinter der hier angebrachten, modernen, etwa vier Meter breiten Strebemauer deutlich die Reste der Seitenpfeiler der ehemaligen Toreinfahrt feststellen, die nach den erhaltenen Mauerresten in der Nordostecke mit Wehrturm versehen war. Im scharfen Knick zunächst nach Osten führte dann der Burgweg auf die Nordwestecke der ehemaligen Ringmauer zu, um im Gelände der ehemaligen Vorburg zum Haupttor für das Burginnere zu gelangen. Die Vorburg, bei der Brandschatzung durch die Franzosen weniger zerstört, prägt noch heute große Teile der West- und Nordseite. Bis um 1900 waren noch Reste von in Basaltstein gefassten Schießscharten oder deren Erweiterung zu Fenstern zu sehen. Rund 40 Jahre nach der Zerstörung der Burg durch die Franzosen errichtete Franz Karl von Burscheidt auf den Fundamenten des Hufeisenförmien Torhaus 1731 sein repräsentatives Verwaltungszentrum, die Hufeisenförmier Kellnerei. Drei Tore hatte der Besucher passiert, als er durch das Torhaus in den höher gelegenen Burg- und Wohnbereich kam. Vorbei an Backhaus, Gesindehaus, Kältehaus und Zisterne erreicht er im Nordostbereich der Burg den Wohnbau, auch Palast genannt, mit einem auf der äußersten Nordostecke vorgelagerten runden Turm. Franz Karl von Burscheidt hatte 1710 beim Bau des Schlosses den wohl noch teilweise erhaltenen Turm in die Nordostecke des Schlosses übernommen, was dem Schloss eine heute sichtbar abgerundete Nordostecke bescherte. Der Bergfried, ein weithin sichtbares Kennzeichen einer wehrhaften Burg. Der Eingang lag immer einige Meter über dem Erdboden und konnte nur mit einer Leiter erreicht, die im äußersten Verteidigungsfall von den in den Bergfried geflüchteten Burgbewohnern eingezogen wurde. Bis zu zwei Meter dicke Fundamentmauern umschlossen das Verlies mit einer einzigen Öffnung in der Decke. Dass man sich durch diese Öffnung seiner Feinde entledigte, war wohl eher die Ausnahme. Dagegen einige Zeit bei Wasser und Brot schon eher. Wenn es überhaupt einen Nutzen gab, dann als Kühlhaus für an Seilen abgehangene Lebensmittel. Die hier angekreuzte Nordostecke dürfte den Unterbau des Bergfrieds darstellen. Hier oben auf der Ebene des Schlosses lassen sich unter dem Rasen noch Reste von Mauerzügen feststellen. Nach der örtlichen Überlieferung war die Ecke unterkellert und hieß im Volksmund das Verlies. Dank ihrer im Broltal einmaligen strategischen Lage beherrschten die Burgherren inzwischen sich Ritter nennend die lebenswichtigen und einzigen Verbindungs- und Handelswege des oberen Broltals und des Glästals zum Rhein. 1268 kommt es unter den Brüdern von Els zur Stammesteilung. Und um 1300 beginnt Theoderich mit dem Bau eines Wohnturms, das sogenannte Rodendorferhaus. In der Hochsaison kann Theoderich auf seiner Baustelle etwa 75 bis 90 Arbeitskräfte beschäftigen. Während das Rodendorferhaus Gestalt annimmt, ist die Stimmung allerdings gereizt. Der Winter naht, die Zeit drängt und der Brüderstreit schwillt weiter. Bei Unfällen gibt es zu dieser Zeit für die Arbeiter keinerlei finanzielle Absicherung. Der Bauherr besorgt sich Ersatz und die Arbeiten gehen weiter ihren Gang. Wir brauchen schnell einen neuen. Ein Glücksfall für unsere Heimatforscher. Das Porträt einer Burg Prolerin, wie sie vor 600 Jahren hier lebte. Elsabeth Freien von Prolburg, Verwidmete von Flatten, war nach 400 Jahren der Herrschaft von Prole die letzte der Familie. Konrad von Prole, Elisas Urgroßvater, hatte fünf Söhne, in deren Nachfolge nur sie übrig geblieben war. Anders dagegen seine drei Töchter. Demut von Prole heiratete Peter von Elz. Lukardis von Prole heiratete Gerlach von Winneburg. Und Lisa von Prole heiratete 1357 Eberhard von Braunsberg. Als sie für die damalige Zeit im hohen Alter von 70 Jahren starb, hinterließ sie uns wertvolle Aufzeichnungen zur Geschlechterfolge derer von Prole zu von Braunsberg. Darüber hinaus nennen sie uns die mit ihrer Familie eng verbundenen Herrschaften von Winneburg und von Elz. Ihr Testament umfasst unglaubliche 30 eng beschriebene Seiten im heutigen DIN A4 Format. Unterschrieben mit drei Kreuzchen, die wiederum von einem Zeugen mit der Anmerkung eigenhändig beglaubigt wurden. Außerdem verfügte sie ihren Leichnam zu Andernach, in unserer Liebfrauenkirche, heute Maria Himmelfahrt, zu begraben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Wertstellung ihrer Hinterlassenschaft beschreibt der Chronist Friedrich Wilhelm Roth in der Geschichte der Herrn von Elz. Im Jahre 1476 fiel dem Stamm vom Goldenen Löwen eine bedeutende Erbschaft zu. Ein freudiges Ereignis, das im gleichen Maße die Stämme von Winneburg und von Braunsberg beglückte. Am Dienstag nach Allerheiligen 1486 trafen sich die sechs Erben, nunmehr jeder Einzelne, sich Herr zu Burg Prohl nennend, um einen Erbteilungsvertrag auszuhandeln und schriftlich zu fixieren. Dietrich von Braunsberg, bei der Ausfertigung des Erbteilungsvertrags noch minderjährig, unterschrieb am 13.07.1491 als Volljähriger in Koblenz den Teilungsvertrag. 1495 erhielt er die Belehnung mit Burg Prohl. Zwei Jahre später, 1497, heiratete Dietrich von Braunsberg die Blutjunge Barbara von Sickingen. Sie war die Schwester des bekannten Reichsritters Franz von Sickingen. Ein Haudegen mit Ulrich von Hutten und Götz von Berlichingen befreundet, kämpfte er für die Befreiung der Unterdrückten und gegen den Untergang des Rittertums. Seine ganze Verachtung traf die hessische Ritterschaft 1520 mit diesem Schmähbrief. Dietrich von Braunsberg kam also über seine Gemahlin nach Merxheim an der Nahe und ließ sich hier mitten im Dorf einen Wohnturm errichten. Dietrich und Barbara wurden die Stammeltern derer von Braunsberg auf Burg Prohl. Luther muss wieder rufen oder er wird brennen. Es sei denn, er fände mächtige Fürsprecher. Die hat er. Vor allem Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, unterstützt ihn. Und auch andere Fürsten wollen mithilfe des Reformators die Zentralmacht, den Kaiser, schwächen. Doch erstmal muss er vor Karl V. treten. Ein Duell David gegen Goliath. Man muss kein Französisch verstehen, um zu wissen, dass er Luther an den Kragen will. Martin Luther! Bist du bereit, deine Lügen und Irrtümer hier und jetzt zu widerrufen? Für Luther geht es um Leben oder Tod. Doch er bleibt standhaft. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helf mir. Amen. Dietrich, ein junger, finanzstarker Mann, erhielt 1497 in einem Vergleich mit dem Trierer Erzbischof gegen eine Forderung von 5950 rheinischen Gulden das Schloss Kempenich als Pfand und somit einen Wohnsitz in der Nähe von Burgbrohl. Dietrich, nun Amtmann des Trierer Erzbischof, ausgestattet mit vier gut gewappelten Pferden, verfügt neben seinen Männern zur Sicherung wichtiger Gebiete über weitere ihm unterstehende Burgmänner der Nürnberg. Wie seine Großeltern und Eltern finden wir Dietrich von Braunsberg mit seiner Gemahlin Barbara von Sickingen im Andernacher Schützenbuch. 1510, 13, 14 und 1516 war Dietrich Ratzherr der Stadt Andernach und 1515 deren Ritterbürgermeister. Die Familie von Braunsberg war mit der Bremonstratenser Abtei in Rommersdorf sehr verbunden. Als Dietrich von Braunsberg starb, fand er im Schatten der Abtei seine letzte Ruhestätte. Eine Grabplatte, die über den Tod hinaus über Rang und Stellung des Verstorbenen in der Gesellschaft Zeugnis ablegt. Seine Frau, Barbara von Sickingen, wurde in Burg Prohl bestattet. Die mittelalterliche Gesellschaft ist streng hierarchisch aufgebaut. Ganz unten stehen die Bauern. Sie machen den Großteil der Bevölkerung aus. Die meisten von ihnen sind vom Adel abhängig. Der Adel erhält vom König Land, das er verwalten muss. Unfreie Bauern mussten für ihren Herrn Dienste leisten, unter anderem seine Felder bestellen. Auch von der Ernte der Bauern erhielt der Grundherr jedes Jahr für sich einen festgelegten Anteil als Abgabe. Zu bestimmten Anlässen, wie der bevorstehenden Schwertleite des jungen Wolfram, wurden die Bauern zu zusätzlichen Abgaben verpflichtet. Ein großes Fest mit vielen Gästen bestand in erster Linie aus einem üppigen Mahl. Der Verwalter des Grundherrn und sein Gehilfe kontrollieren genau, ob Menge und Qualität der Abgaben stimmen. Bachecker. Zwei Töpfe Wachs. Stimmt. Zwei Hühner. Das sollen Hühner sein? Da wiegt ja ein Küken mehr. Sag mal her. Ja so nicht, Bachecker. Das ist wohl ein Witz. Morgen sind zwei neue Hühner hier. Ich hab doch nur solche. Womit soll ich die denn füttern? Ich hab doch selbst nichts mehr. Na gut, dann zwei weitere von diesen. So, Bachecker. Alles klar. Morgen zwei weitere Hühner. Wo wir immer feiern und fressen. Was war das eben? Bachecker! Bachecker! Mir werden hier die letzten Hühner weggenommen, nur damit die Herrschaft sich den Wanz vollstopfen kann. Nix wie feiern und fressen. So, Bachecker, jetzt reicht's. Diesmal bist du dran. Letztes Mal war es das nasse Holz. Jetzt diese Flattergräten und dann noch unverschämte Bemerkungen, das hat ein Nachspiel. Ist doch wahr, was ich sag. Ach, lass mich. Bachecker, wir sprechen uns noch. Aha. Für den Reichtum der Kirche sorgen vor allem die Bauern. Die Zehntabgabe ist die Kirchensteuer seit Alters her und füllt zuverlässig ihre Kassen. Doch nun sollen auch noch Steuern auf Tiere erhoben werden. Und die Ziege auch. Ach, wie soll das gehen? Sollen wir alle verhungern? So spricht der Herr. Wenn ihr euch widersetzt, widersetzt ihr euch Gott. Wer Vieh besitzt, muss auch dafür bezahlen. Unser Herr Jesus Christus hat das Volk gespeist und es nicht hungern lassen. Sollen wir jetzt wohl auch noch die Sakramente bezahlen? Was wisst ihr denn schon? So steht es geschrieben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Gott ist gerecht. Ihr seid es nicht. Ihr seid ein Dieb. Schluss. Ihr gebt den Zehnt auf all eure Tiere. Auf alle. Fehlend etwas, dann holen wir es uns mit Zins und Zinses Zins. Und jetzt noch den Sack. Die Willkür der Herren können und wollen die Bauern nicht länger ertragen. Doch die Kirche droht mit Höllenqualen. Wer die Gottgegebene Ordnung in Frage stellt, den erwarte ewige Verdammnis. Wer Geld hat, kann sich von seinen Sünden loskaufen. Die Kirche macht Geschäfte mit der Angst. Dietrich und Barbaras Sohn, Augustin von Braunsberg, gerade 18-jährig, wählte das Schöffenkollegium der Stadt Andernach in den Rat ihrer Stadt. Und um die gleiche Zeit wählte Augustin von Braunsberg, Abt der Benediktiner Abtei Gladbach, Augustin von Braunsberg, als Vogt seiner Propstei Buchholz. Eine Aufnahme aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Unverkennbar hier, die Frontseite der ehemaligen Kirche, mit den im rechten Winkel anschließenden Wohnräumen der Mönche. Im Jahre 1529 lieh Augustin von Braunsberg dem Kölner Erzbischof Hermann V. von Wied 11.000 Gulden und erhielt als Pfand die Nürnberg. An der Burg, von seinem Vorgänger vernachlässigt, ließ Augustin von Braunsberg von ihm vorfinanzierte, umfangreiche Baumaßnahmen durchführen, die ihre weitere Existenz sicherten und bis heute in der einschlägigen Fachliteratur anerkannt wird. Als in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch die Expansion der Türken nach Westen das Heilige Römische Reich bedroht war, zog Augustin von Braunsberg als Reiterobrist der kurkölnischen Kavallerie zur Verteidigung der Westgrenze des Reiches nach Ungarn. Von diesem Feldzug kam er nicht mehr zurück. Seine Frau Katharina Kämmerin von Worms, genannt von Dahlberg, starb am 10. März 1560 und wurde in Burgpol begraben. Ihr Sohn Philipp Dietrich wurde Nachfolger seines Vaters Augustin von Braunsberg. Ein Glückstag für Philipp Dietrich, als am 13. August 1550 die Gebrüder Heinrich und Friedrich von Elz ihrem freundlichen lieben Vetter unwiderruflich ihren Anteil aus dem Erbe der Elzer von Brule, nämlich Schloss, Haus und Herrschaft Burgpol, samt seinem In- und Zubehör übertrugen. Musik 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 Im April 1551 reiste Philipp Dietrich von Braunsberg mit seinem Herrn Kurfürst Adolf von Schaumburg von Köln mit einem Dreidelschiff zu einem Treffen rheinischer Fürsten nach Oberwesel. Nach einem ungeplanten Zwischenstopp bei Königswinter erreicht man am späten Nachmittag Rehmagen, zum dritten Wechsel der Dreidelpferde. Um dann nach 15 stündiger Reise am späten Abend in Andernach anzukommen. Um am nächsten Morgen in aller Früh mit neuen Dreidelknechten sowie Vierspinnig und dem zugestiegenen Abt von Lach die Reise fortsetzte. Das nasskalte Aprilwetter und die acht zwischen Köln und Oberwesel liegenden Zollstellen drückten gewaltig auf die Stimmung der Reisenden. Das wurde auch angesichts der Marksburg nicht besser und als in der Höhe von Boppard die Dreidelknechte wegen beginnender Dämmerung nur noch bis St. Goa zu Dreideln bereit waren, entschloss man sich zu einem zweiten Zwischenstopp in St. Goa. Der 14. April 1551 wird zum Schicksalstag für unseren Philipp Dietrich von Braunsberg, als er bei Dunkelheit beim Umsteigen in einen kleinen Nachen das Gleichgewicht verliert und in den Rhein stürzt. Acht Tage später wird seine Leiche in Boppard an Land geschwemmt. Seine Witwe, Alberta von Meilendonk, eine kluge und weitsichtige Frau, erwarb am 10. Mai 1554 für ihren noch unmündigen Sohn Wilhelm von Braunsberg für 2780 Goldgulden den Winneburger Anteil aus dem Erbe der Elsa von Pruhle und sicherte nach 70 Jahren der Teilung der Familie von Braunsberg das alleinige Recht auf Burg Bröll. Sie starb 1564 und fand ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihres Mannes in Rommersdorf. Wilhelm von Braunsberg engagierte sich mehr noch als seine Vorgänger in Andernach. In seiner Amtszeit als Ritterbürgermeister fiel der Besuch des neuen Landesherrn Ernst von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Nach alter Tradition wurde der jeweilige Landesherr an der Köln-Portz empfangen und in anschließender Prozession über die Hochstraße zum Schloss geleitet. Doch als der Erzbischof am 29. August 1585 vor den Mauern der Stadt erschien, war die Köln-Portz wegen des truchssässigen Krieges zugemauert. Kurzfristig wurde die geplante Empfangszeremonie an die Kornpforte, heute Rheintorf, verlegt. Dort empfing der Ritterbürgermeister Wilhelm von Braunsberg, Herr zu Burg Bröll, Merxheim und Alken den Erzbischof und leistete den Treueeid, indem er die rechte Hand auf die Brust legte. Wilhelm hatte mit seiner Frau Anna von Winneburg elf Kinder. Dietrich, das sechste Kind seiner Eltern, wurde der Universalerbe und Nachfolger seines Vaters. Seine Brüder begleiteten hohe kirchliche Ämter. So Augustin von Braunsberg, Domherr zu Drier und Lüttich, dem wir im Ehevertrag seines Bruders Dietrich als Zeuge begegnen. Dietrich, mit ca. 39 Jahren, schon ein alterer Junggeselle, konnte sich im Vergleich zu seinen Vorfahren erst spät zu einer Heirat entschließen. Umso größer die Überraschung, als er 1612 die 17-jährige Anna Maria von Orsbeck, Tochter des Engelbrecht von Orsbeck, zu Olbrück, Eferen und Mühlen-Adenau zum Traualtar führte. Eine glückliche Fügung bescherte uns die über 400 Jahre alte Heiratsberedung zwischen Dietrichen von Braunsberg und Marien von Orsbeck. Ein zwischen beiden Stämmen ausgehandelter und mit deren Unterschriften besiegelter Ehevertrag. Ein Pergamentdokument in der ungewöhnlichen Größe von 60 x 80 cm. In 130 Zeilen eng beschrieben, in deren Folge die Zeugen gezwungen waren, ihre Unterschriften auf dem Pfalz der Siegelhalterung zu leisten. Der Bräutigam Dietrich von Braunsberg, Herr zu Bröll und sein leider beschädigtes Wappensiegel. Von dem Rittergut Schloss Venn am Waldrand bei Löhndorf an der Ahr kommt die junge Braut Maria von Orsbeck. Große Freude, dass gerade ihr Wappensiegel so gut erhalten blieb. Der Vater, Engelbrecht von Orsbeck, es folgen ihre Brüder, Wilhelm von Orsbeck und Reinhard von Orsbeck. Gleich unter Dietrich, sein Bruder Augustin von Braunsberg, Domherr zu Trier und Lüttich. Wohlwollen, Vertrauen und Fürsorge spricht aus dem Ehevertrag, den Dietrich von Braunsberg am 4. März 1612 mit Maria von Orsbeck geschlossen hatte. Dazu lesen wir. Da fern es der Allmächtige Gott also schicken würde, dass vielgenannte Jungfrau Maria ihres künftigen Ehegemalt tot erleben und Kinder von ihnen beiden geschaffen verbleiben würden, soll gedachte Jungfrau Maria in alle und jede ihres künftigen Ehefugten, Dietrich von Braunsberg, Vater und mütterlich zugebrachten und anerfallenen, auch von ihrer herrührenden, samt gewonnenen und gewordenen Gütern ruhig und unverhindert setzen bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020